So, da wollen wir mal schauen und gucken, ob ich auch nichts vergessen habe. Ein bisschen Angst, aber na jo. So, da wollen wir mal schauen. 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 So, so, so. Ja, was rein, würde ich sagen. Da kann ich nicht mehr gehen. Sehr, sehr schön. Dann soll ich noch mal gucken, was die Temperatur spricht. Nicht mal lauwarm. Der Akku ist kalt. Ja klar, gut, es ist auch noch schweben gewesen. Aber wenn du die Drehzahlen schaltest und ein bisschen Pitchstöße gibst, das geht schon. Auf die Elektrik. Aber kalt. Also ganz lauwarm. Ganz klein wenig. Damit bin ich voll und ganz zufrieden. Voll in der Spurlauf. Ist mir so gut gelungen wie bei keinem Heli. Ich habe nahezu auf beiden Blättern 0 Grad Pitch hingekriegt. Ich glaube 0,1 Grad ist der Unterschied. Habe ich noch nie geschafft. Aber ich habe mir auch extrem viel Mühe gegeben. Bei dem guten Stück. Gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Puh. Prost. Das ist eine gute Nachfrage.